Ja, hier ist der Rolf bei mir und wir machen den Gashnikala, der Steirerbohr, ich bin der Steirerbohr, ja? Ja, hier ist der Rolf bei mir. Ja, hier ist der Rolf bei mir. Ja, hier ist der Rolf bei mir. Das war ein Zauber. Super. Gute Zune, wir waren in der Kamera, gell? Das erste Mal vor der Kamera. Stimmt, wir wollten das erste Mal bei mir. Vielleicht kurz, lernst du jetzt ein paar Monate mit den Videos? Ja. Genau, hat der Fahrer ein bisschen noch Griffschrift gespielt, also mit Noten. Also nur Griffschrift. Und dir gefällt das, warum hast du das auswendig oder was gefällt dir daran? Ja, einfach, wenn man auswendig spielt, dann spielst du einfach besser. Und freier. Ja, du machst es ja auch nicht so im Kopf und das ist einfach, man entmietet sich einfach. Man kann überall mitspielen, kenn ich, kann ich. Ja, ja. Und so heißt es immer, wo ist das Notenblatt? Ohne Noten kann ich nicht. Und eigentlich ist das überhaupt kein Thema. Jeder kann auswendig spielen. Es braucht ein bisschen Übung. Man muss ja nur lernen, gell? Ja, genau. Es gibt nichts Vergleichbares, was so gut ist, sag ich. Genau. Aber warum hast du den Nummer für Zierfuchs genauer? Hast du gerade entschieden, oder warum? Ja, einfach, weil er der Einzige war, der gleich mit eingestiegen ist. Ich hatte drei Reihen, ich hätte gerne an das Instrument. Da passt das Gesamtpaket. Da wird dir auch geholfen. Kommst vorbei, schauen wir, was wir machen können. Und das ist das, was wir dauernd miteinander machen. Das ist harmonisch, so ein bisschen Instrument. Nein, ich sage, das passt auch. Dass man sich immer trifft, dass man mal drüberschaut, auch mit Harmonikas, auch mit dem Film verleihe, und dann kloppt das auch. Dass man da richtig üben kann. Na, super. Dann läufst du wieder fleißig weiter. Sicher. Und vielleicht sehen wir uns dann wieder, gell? Auf jeden Fall. 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 Untertitelung des ZDF, 2020